Heute, verehrte Zuschauer, findet ein Ereignis statt, das sich in Hamburg zum letzten Mal vor über 1100 Jahren zugetragen hat. Die Einrichtung eines katholischen Erzbistums, das neben Hamburg auch Schleswig-Holstein und Mecklenburg umfasst. Bevor wir nun den feierlichen Gottesdienst mit der Amtseinführung des neuen Erzbischofs Dr. Ludwig Averkamp übertragen, möchten wir Ihnen in dem nun folgenden Film Roms neue Filiale und Ihren künftigen Chef näher vorstellen. Martin Merz und Wilfried Köpke schildern mit Sachkenntnis und Witz Hintergrund und Geschichte, Befürchtungen und Erwartungen.